Meditation 4 Entdecke die Zentrale deiner Lebensenergie und durchspüle Blockaden in deinem Körper durch bewusste Atmung. Bei der Einatmung erhältst du Energie, Stimulierung des Sympathikus. Bei der Ausatmung kommst du zur Ruhe, Stimulierung des Parasympathikus. Schließ nun deine Augen. Nimm dich selber wahr. Nimm deine Eigenart wahr, dein individuelles Sein, so wie du bist, mit deinem Körper und deinen Gefühlen. Nimm auch deine Wünsche wahr und deine Ziele. Sieh dich selbst in deinen Gedanken, wie du vor dir stehst, als einzigartiges, wundervolles Wesen. Aus vollem Herzen, mit Liebe und Geborgenheitsgefühl lächle dir selbst zu. Nimm dich in den Arm Und mach dir selbst Mut, dass du dein Ziel erreichen kannst. Werte nicht, umarme dich und schenk dir selbst Hoffnung und Zuversicht, dass alles gut ist und du jeden Tag eine neue Möglichkeit bekommst, deinen Wünschen und Zielen einen Schritt entgegen zu gehen. Lass alle Gedanken los, konzentriere dich nun auf deine Atmung, fließend, ohne Druck, ganz ruhig. Atme durch die Nase ein und durch den leicht geöffneten Mund oder, wenn möglich und angenehm, auch durch die Nase wieder aus. Dein Fokus liegt nun auf deiner Ausatmung. Verlängere stufenweise deine Ausatmung im Verhältnis zu deiner Einatmung, so wie es sich für dich fließend, angenehm und beruhigend anfühlt. Z.B. zählst du bei der Einatmung bis 4 und bei der Ausatmung bis 6. Nimm nun eine bequeme Sitzhaltung ein. Lege deine Hände in deinen Schoß oder entspannt auf deine Oberschenkel. Deine Augen sind geschlossen. Du kommst mit deiner Atmung ganz in diesen Moment, fließend und ruhig. Lass Gedanken los. Dein Fokus bleibt auf deiner Ausatmung und auf dein positives Gefühl dir gegenüber. Während der Meditation kannst du z.B. diese Worte in deinen Gedanken als Fokuspunkt wiederholen. Ich schenke mir Geborgenheit und blicke mit Zuversicht meinem Ziel entgegen. Die Meditation startet mit einem Plankschalenklang und endet mit einem. Fühle dein Herz. Fühle deinen wunderbaren Körper. Fühle dein Herz. Fühle dein Herz. Fühle dein Herz. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Langsam kommst du mit deinen Gedanken wieder hierher in den Raum. Vertiefe deine Atmung. Verlängere jetzt deine Einatmung, um dich mit positiver Energie aufzuladen. Langsam, wenn du bereit bist, öffne deine Augen wieder. Schreib diesen Satz, ich blicke mit Zuversicht meinem Ziel entgegen, auf ein Blatt und platziere es in deinem Sichtfeld, zum Beispiel auf deinem Computer, Handy oder in deiner Küche, um deine Wünsche immer wieder in dein Bewusstsein zu holen. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag im Einklang mit deinem Körper, deinem Herzen und deiner Zufriedenheit. Alles Liebe Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020